Wofür steht die Abkürzung G.M.T. bei der Zeiteinteilung? General Management Time vielleicht? Nein, das stimmt leider nicht. Ist englisch wahrscheinlich. Ist englisch, ja. Meridian, G.Ground. Ne, ich komm nicht drauf. Okay, nicht schlimm. Es wäre Greenwich Mean Time gewesen. Ah, Greenwich, genau. Was ist der Oesophagus? Keine Ahnung. Das wäre der Fachbegriff für die Speiseröhre. Abgefahren und nie gehört. Okay, macht nichts. Welcher Künstler ist auch unter dem Namen Slim Shady bekannt? Eminem. Perfekt, ausgezeichnet. Wie heißt die Vorderseite eines Schiffs? Bug. Ausgezeichnet. Und die letzte Frage. Wie heißt der Grashüpfer aus der Kinderserie Bienemeier? Ich bin nicht in Deutschland geboren. Ich habe diese Sendung nie gesehen. Aber er hat so einen Hut auf oder so. Kann das sein? Ja, der hat so einen Zylinder. Ne, komm ich nicht drauf, sorry. Was war's? Okay, es wäre Flip gewesen. Flip.